Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. So, heute wollen wir eine kleine mathematische Übung machen. Und zwar geht es heute darum, wir wollen Fakultät berechnen. Für alle, die es nicht wissen, wie Fakultät eigentlich berechnet wird, hier mal ganz kurz die Formel. Das heißt, ich mache das mal als Kommentar oben drüber. Fakultät wird berechnet als... So, Fakultät von zum Beispiel, fangen wir bei 5 an. 10 ist so heftig viel zu schreiben. 5, das schreibt sich mit einem Ausrufezeichen hinten dran. Also, 5 Fakultät ist dasselbe wie 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Oder auch 5 mal 4 mal 3 mal 2. Ja, das wäre die kürzere Schreibweise. Und genau das wollen wir jetzt errechnen. So, das ist jetzt eure Aufgabe. Das heißt, einfach am Ende... Also, wir bekommen als Eingabe die Fakultät. Das wird gespeichert in einer Variable namens n vom Typ int. Und ja, das n kommt aus der Mathematik, die wir zum Beispiel auf 5 setzen. Aber das kommt von irgendwo anders her. Ja, das ist dann eure Aufgabe quasi. Und ihr solltet jetzt hier reinschreiben, wie sich eben diese Fakultät berechnet. Alles klar, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich sage euch nicht mal, wie ihr auf die Lösung kommt. Am Ende muss es einfach nur ausgegeben werden. Wir machen das gleich zusammen. Und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wollen jetzt erstmal hier die Lösung uns aufschreiben. Das ist eigentlich relativ einfach, diese Aufgabe zu bewältigen. Und ja, ich habe euch allerdings nicht gesagt, wie ihr es macht. Es gibt natürlich mehrere Herangehensweisen. Das ist ganz klar. Also ihr könnt sowohl eine While-Schleife als auch eine Do-While-Schleife als auch und so weiter und so fort verwenden. Wir werden eine Do-While-Schleife verwenden. Das heißt, wir wollen das Ganze ein kleines bisschen, oder wir verwenden eine While-Schleife. Und sagen hier erstmal, wir haben hier eine Zählvariable im für Integer oder so. Und wir setzen die erstmal auf 1. Und sagen dann hier einfach, okay, While i kleiner oder gleich groß n, wenn die beiden, also im Endeffekt Fakultät von 5 beinhaltet ja dieses 5 hier auch noch drin. Und deswegen müssen wir bis kleiner gleich gehen, ja. Solange das eben funktioniert und dann sagen wir hier, war Fakultät vom Typ Int ist gleich 1. Dann sagen wir hier, okay, wir multiplizieren, achso übrigens, kleiner Hinweis hier noch, 0 Fakultät ist auch gleich 1, ja. Genau, und wir überprüfen, oder wir rechnen jetzt hier einfach, deswegen fangen wir mit 1 an. Wir rechnen hier jetzt einfach mal Fakultät, Fakultät ist gleich Fakultät mal i, okay. Und was dann passiert ist im Endeffekt, wir rechnen hier 1 mal 1, okay, das ist dann offensichtlich gleich 1. Dann rechnen wir, hm, immer noch 1 mal 1, das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ihr seht, das ist eine Endlosschleife, das heißt, wir sollten hier vielleicht i noch erhöhen auf i gleich i plus 1. Was wir dann bekommen ist, wir haben, wir fangen mit 1 an, das heißt, wenn wir hier bei 0 sind, also wenn wir hier Fakultät von 0 machen, bleibt einfach die Fakultät hier auf 1 sitzen. Ansonsten haben wir hier, wenn wir Fakultät von 1 haben, kommt hier eben 1 mal 1 raus, also 1, 2 mal 1 wäre dann eben 2, 3, also Fakultät von 3 wäre dann 1 mal Fakultät, also 1 mal 1, das wäre das hier. Dann wird es erhöht auf 2, dann wäre es 2 mal 1 und dann wird es nochmal erhöht, dann wäre es 3 mal 2. Also wären wir bei 6, was die Fakultät von 3 ist und so weiter und so fort, okay? So, jetzt geben wir das am Ende natürlich noch aus, also Print, Line vielleicht sogar. Und zwar die Fakultät natürlich. Fakultät, so und go! Und wir sind bei einer Fakultät von 5. Die Fakultät von 5 ist 120, was echt viel ist und wir können das mal überprüfen, wenn wir hier den Taschenrechner aufmachen, auf 5 Fakultät gehen und dann direkt 120 rausbekommen. Wir können sogar noch mehr machen, 120 Fakultät, dann sind wir bei 6,68, 9 mal 10 hoch, 198. Das ist ein kleines bisschen viel und ja, da kommen wir dann auch schon zum nächsten Thema, aber ja, ihr könnt es gerne mal ausprobieren, wenn ihr hier 120 eingebt, was dann bei euch als Ergebnis rauskommt. Und nein, ihr werdet keinen Fehler bekommen und nein, ihr werdet auch nicht diesen unglaublich riesigen Wert hier bekommen, sondern ihr bekommt einfach 0 raus. Woran das liegt, das werden wir noch wann anders klären, aber ja, vielleicht machen wir das sogar direkt nächstes Mal. Wenn wir hier 12 Fakultät zum Beispiel hätten, dann wäre das trotzdem diese 4, Sekunde, da muss ich selber gucken, 479.600.000, das wäre dann die Fakultät von 12. Also es ist eine sehr, sehr hohe Zahl, aber ja, Fakultät steigt einfach verdammt schnell. Und ja, das ist eigentlich auch schon die Übung für dieses Mal. Wir wollen uns allerdings bald noch mit diesem Problem von Fakultät von 120 ein bisschen genauer auseinandersetzen und schauen, warum das eigentlich passiert. Seid da drauf gespannt, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.